Ich dachte, wir wären beste Freunde. Wer ist deine beste Freundin? Teresa natürlich. Teresa, du bist doch auch ein bester Freund, oder? Nee. Teresa, wer ist dein bester Freund? Ja, du. Ja, ja, beweis es. Hand rein. Okay, wir werden es jetzt herausfinden. Und... Ich hab doch gewusst, du lügst.